Work in Progress ist ein interdisziplinäres Veranstaltungsformat, bestehend aus zwei Teilen. Der erste Teil ist eine Performance und der zweite Teil ist eine Nachbesprechung mit dem Publikum. In dieser Reihe wollen wir das Publikum am Schaffensprozess der KünstlerInnen teilhaben lassen und einen Blick hinter die Kulissen gewähren. Und Kunst, das kann für uns Musik, Tanz, Sprache, Theater, jegliche Form des menschlichen Ausdrucks sein. Und uns interessiert Kunst, die im Moment entsteht, also die lebendig ist, frei, improvisiert und im Wandel ist, in Bewegung ist. Wir verstehen Kunst als eine menschliche Form der Kommunikation, als eine Form des Ausdrucks von Emotionen, im Grunde des Seins.